Ja, heute werden wir auch auf die Kommentare der letzten Woche eingehen, sozusagen als Wort zum Sonntag oder als Sonntagsmorgenspredigt oder Vormittagspredigt sozusagen und nur ein paar kurze wenige Nachrichten. Professor Max Otte hat geredet bei Corona, bei einer Corona-Demo. Ja, also es hat eben auch was leicht Verschwörungstheoretisches, also irgendwie böse Planung, böse Absichten. Also noch einmal naturwissenschaftlich gesehen, irrt sich der Mainstream der Medizin und weil er sich irrt, sozusagen kommt es zu all den Schädigungen unseres Lebens, weil die gewinnbringenden Irrtümer der Medizinindustrie sind es, die uns schädigen, aber keine bösen Verschwörer. Also noch einmal ganz kurz hier die Erläuterung. Achso, hier erst einmal unser schönes Tagesbild vorzustellen. Mal gucken, das können wir noch ein bisschen tiefer rücken. Warten Sie so. Ja, also ich glaube, ich rücke das noch ein bisschen tiefer. So. Ja, jetzt glaube ich, kann man Corona sehr schön sehen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut sehen. Coronavirus. Und dann, ja, dann World's Council of Wise People, unser Logo, nextscientistsforfuture.de ist die Homepage, der Ausgangshomepage. So, dann gucken wir uns doch mal hier. So, da sind wir doch schon. Also, das ist ein Früharzt, der noch in der Wahrheit lebte. Wir haben hier die Bedingungen, die ökologische Nische, über die wir reden. Wir gucken uns den Evolutionsverlauf an und dass die ökologische Nische heißt, Nacherfindung von Markt- und Arbeitsteilung. Ja, man könnte auch sagen Tauschhandel, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich sage Markt- und Arbeitsteilung, weil dann versteht man einerseits besser, dass es eben mit der sozialen Marktwirtschaft zu tun hat. Und wenn ich Arbeitsteilung sage, versteht man besser, dass es auch um Bildungssystem geht, denn auch das ist ein arbeitsteiliges System, ums Arbeitsamt geht, das ist auch ein arbeitsteiliges System, ums Polizei-, Staatsanwaltschafts- und Justizsystem, ums Wissenschaftssystem. Alles sind arbeitsteilige Systeme, die alle nicht funktionieren, sondern uns riesige Schäden zufügen, weil wir nicht verstehen, dass Markt- und Arbeitsteilung absolut schädlich sind für uns, solange sie nicht gelenkt werden durch solche Steuerelemente wie Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und viele weitere kleine Steuerelemente. Und ohne diese Steuerungs- oder Steuerelemente kurz, darf man niemals, das ist wie wenn sie, das würde bedeuten, das darf man niemals Markt- und Arbeitsteilung freilaufen lassen. Das ist so, als würden sie in einer Großstadt ein riesiges Rudel an Raubtieren einfach freilaufen lassen. Ja, und dann mal gucken, was passiert, ne, so, oder, ja, oder aus dem Jurassic Park ein paar Dinosaurier freilassen und mal gucken, was so Schönes passiert, ja. Genauso wie der Tyrannosaurus Rex bei in Jurassic Park, so müssen sie Markt- und Arbeitsteilung verstehen, sonst verstehen sie leider nichts von dieser Welt. Und wenn sie jetzt nach der Erklärung das dann nicht verstanden haben, wie gefährlich Markt- und Arbeitsteilung sind, dann ist dieser Sender der falsche für sie, denn dieser ist ja hier, diese Sender sind ja hier alle für extrem gebildete Leute, ne. So, dann schauen wir mal, also der erste Früharzt der Evolution nach Erfindung von Markt- und Arbeitsteilung sagt, ach ja, wenn ihr euch weiterhin so wunderbar naturbelassen ernährt und euer tolles Liebesleben weiter praktiziert, dann seid ihr so entspannt und habt so starke Immunsysteme und dann braucht ihr mich eigentlich gar nicht. Dann müsst ihr euch über große und kleine winzige oder große Krankheitsursachen keine Gedanken machen. Das war ein guter Früharzt und so ähnlich sind auch die heutigen Ausnahmeärzte, ja, sozusagen, die nachdenklich sind und nicht alles glauben, was die Medizinindustrie und die pharmazeutische Industrie ihnen während des Studiums und sonst eintrichtern wollen, ja. Und hier haben wir aber den ersten, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, dass, also, Darwin ist also längst keine Theorie mehr, sondern wenn man in Wirklichkeit ist, die Evolutionsbiologie nicht mehr eine Theorie, sondern sie ist längst bewiesener Fakt und so weiter. Gut, und dann sagt diese, also es muss zwangsläufig auch zu Frühärzten kommen, die sich irren und dann passiert eben das merkwürdige Phänomen unter Markt- und Arbeitsteilungsbedingungen. Dieser Früharzt sagt also, ja, nee, also die kleinen Krankheitsursachen, die sind total gefährlich, also das, was man später Viren und Bakterien nennen wird, das sind absolute Killer, die sind richtig mächtig und groß und gefährlich. Und nur indem du meine Heiltränke, meine Produkte, meine späteren Impfungen und Tests kaufst, nur so könnt ihr Menschen überleben. Und außerdem könnt ihr auch das ganze denaturierte Zeug essen, das ist genauso gesund, ja. Und durch diese Irrtümer fangen die Menschen an, sich krank zu essen, sozusagen, und werden Dauerkunden und kaufen diesem Früharzt ganz viel ab. Und deswegen wird er Marktführer, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und so weiter und wird der Vorfahre von Drosten, Lauterbach und Wieler, ja, sozusagen. Und bestimmt eben das gesamte Denken. Und das nennen wir gewinnbringende Irrtümer, vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer. Und wer also nicht versteht, dass unsere ganze Gesellschaft notwendig in allen gesellschaftlichen Bereichen ständig von diesen karrierefördernden, vorteilbringenden und gewinnbringenden Irrtümern durchzogen ist und dass das bedeutet, dass wir faktisch einer ständigen Gehirnwäsche und einer ständigen Massenmanipulation ausgesetzt sind durch diese gewinnbringenden Irrtümer an, die die Leute selber glauben. Also Drosten glaubt seine gewinnbringenden Irrtümer, die er gelernt hat, seines Fachbereiches. Lauterbach glaubt sie und Wieler glauben sie. Und das macht es so gefährlich. Die Leute sind sich keiner schuldbewusst, weil sie ja einfach nur glauben, sie würden die Wahrheit weitergeben. In Wirklichkeit geben sie nur gewinnbringende Irrtümer ihrer Industrie weiter. Sonst nichts. So, und wer das jetzt nicht verstanden hat, dass das also soziale Marktwirtschaft und Markt- und Arbeitsteilung grundsätzlich total schädlich für uns alle sind, ja, der sollte sich nicht weiter als Gebildeter betrachten, sondern sollte lieber andere Sender schauen. Es gibt genug Sender für die ganzen Ungebildeten überall in der Welt. Also die müssen ja nicht hier schauen. So, und dann, denn wir brauchen sowieso nur 10, also am Ende brauchen wir nur 10% der Wähler in Deutschland, die klügsten 10% in Deutschland, dann wird das schon Realität werden, sozusagen das Konzept der Next Scientist for Future, die 20 Reformen. Schluck Wasser. So, unser Tagesbildchen nochmal so, oh, ja, hier, schönes Bildchen. Und dann gehen wir aber wieder heute auf die Kommentare ein, habe ich ja gesagt. Achso, es gibt noch eine Nachricht, warten Sie, dann mache ich nochmal das Tagesbild. Ja, also, Max Otte ist in diesem Sinne also leicht verschwörungstheoretisch, weil er nicht sagt, aha, da sind gewinnbringende Irrtümer am Wirken, sondern er irgendwie umkt da da auch so ein bisschen rum, als gäbe es da doch irgendwelche bösen Absichten dahinter. Sobald Sie denken, wenn Sie sagen, ja, die Markt und Arbeitsteilung sind böse, dann sage ich nichts dagegen, das ist okay. Wenn Sie aber sagen, Menschen oder Menschengruppen sind böse, dann sind Sie schon Verschwörungstheoretiker, ja. Und dagegen stellt sich die Naturwissenschaft tausendprozentig, ja. Wir müssen bei der Transformation der Gesellschaft und der Welt grundsätzlich immer davon ausgehen, dass alle Menschen gute Absichten haben, nur sind sie voll von gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern, an die sie glauben und weswegen sie uns alle umbringen, ne, ne, so. Aber das Gute an Professor Max Otte ist, dass er einerseits irgendwie so eine Art System Change will, aber leider will er zurück zur sozialen Marktwirtschaft. Da ist er dann also etwas besser als Markus Krall, weil der will ja zur freien Marktwirtschaft wieder zurück und die hat natürlich noch höheren Menge und noch höheren Zerstörungsgrad als die soziale Marktwirtschaft. Aber die soziale Marktwirtschaft ist immer noch Markt- und Arbeitsteilung und damit ist sie fast genauso zerstörerisch wie die freie Marktwirtschaft. Also das gibt sich, das nimmt sich nicht viel, ne. Ja, und dann stelle ich fest, dass traurigerweise diese ganzen Corona-Demos Redner bevorzugen, die null Lösungen haben. Es wird immer nur geklagt, es wird gelammert, es ist traurig, das mit anzuschauen, dass also sozusagen, ich habe jetzt insgesamt zweimal Reden gehalten auf diesen Corona-Demonstrationen, aber warum werden jetzt die Next Scientists for Future nicht auf jeder dieser Demos eingeladen und so weiter, weil eben irgendwie das ist alles völlig wertlos, man will eigentlich gar nichts verändern, man will nur ein bisschen klagen und jammern und ansonsten will man alles weiter so laufen lassen wie bisher, so nach dem Motto, ist doch toll, dass wir ständig Krieger haben in der Welt, ist doch toll, dass wir ständig Selbstmorde haben, ist doch toll, dass wir Massendepressionen haben, ist doch toll, dass wir Übergewichtige, dass wir Milliarden, Millionen Krebskranke, Milliarden Krebskranke auf der Welt, könnte man fast sagen, haben oder so. Ja, ist doch alles egal, ist doch alles super, ja, wir brauchen doch nichts zu ändern, ne. Ja, das war's schon mit den Kurznachrichten, ja, denn wie gesagt, es tut sich eigentlich sehr wenig, und jetzt die Kommentare, so, schauen wir mal rein, ja, so ein Kommentar, der war wohl vor kurzem und wo ich dann gesagt, mit angerufen habe und gesagt habe, ne, da antworte ich mal selber drauf, was ja auch Spaß macht, mal auf die Kommentare einzugehen. Was hast du denn mit Darwin, was hat Darwin mit der Volks- bzw. Finanzwirtschaft am Hut? Vergleichen wir Äpfel mit Birnen oder wie ist das gemeint? Ja, das ist genau der Punkt, das ist der Irrtum, dass man denkt, die moderne Evolutionsbiologie, die sich auf Darwin und Wallace bezieht und so weiter, hätte nur etwas zu tun mit Hunden und Katzen oder mit Tieren oder und, und manche denken sogar, es hätte nichts mit uns Menschen zu tun, dabei sind wir auch nur ein Tier, wir sind der zweite haarlose Bonobo und wir sind ein Tier wie jedes andere auch. Und der entscheidende Punkt ist, dass das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion für alles Lebendige gilt und damit auch für alle lebendigen Systeme. Man kann sogar spekulativ überlegen, ob das nicht auch für alle Teile des Universums gibt, und ob nicht überall, also Variation und Selektion, Mutation und Selektion sogar in der unbelebten Welt und Natur auch eine Rolle spielen, aber so weit müssen wir ja gar nicht gehen. Volks- und Finanzwirtschaft werden von Menschen gemacht, sind also menschliche und damit lebendige Systeme und lebendige Systeme kann man nie verstehen, wenn man sie nicht evolutionsbiologisch versteht. Wer das nicht versteht, ist quasi noch ein versteckter Kreationist und ist eigentlich Pseudowissenschaft, also wer nicht versteht, dass Physik, Chemie und Biologie und dass die Biologie alles mittlerweile einschließt, die Biologie, der Psyche, die Biologie der sozialen Systeme, der Wirtschaftsordnung, Gesellschaftsordnung, wer das nicht versteht, der betreibt eigentlich nur Pseudowissenschaft, weil er einfach sich weigert und ist wahrscheinlich sogar Kreationist, weil er sich einfach weigert anzuerkennen, dass sozusagen das Naturgesetz von Mutation und Selektion viel wichtiger ist als das Naturgesetz der Gravitation von Sir Isaac Newton und das ermöglicht uns ja schon sehr vieles im Universum zu verstehen. So, und das ist eben der Punkt und deswegen hier, diese ganzen Talksendungen sind halt für sehr gebildete Leute, die eben erkennen, dass selbstverständlich Mutation und Selektion wirklich ein praktisch universelles Prinzip sind, weil sie im gesamten Universum dieses Naturgesetz gilt. Ja, dann geht es weiter hier, ich möchte schon Recht haben, denn wer möchte das nicht? Aber Darwins Theorie, also da ist schon mal der erste Denkfehler, die Evolutionsbiologie ist längst keine Theorie mehr, sondern eine der bestgesicherten Tatsachen der Menschheit überhaupt und sozusagen seit fast 200 Jahren ist es nicht gelungen, irgendetwas von der Kernidee von Charles Darwin irgendwie zu falsifizieren und damit ist sie sozusagen, muss sie als sozusagen ganz sichere Instanz, vielleicht die gesichertste Instanz der gesamten Wissenschaft gelten. Alles andere, wenn ich an all die Laberfächer und pseudowissenschaftlichen Dinge denke und so weiter, das ist alles unbewiesen und so weiter, aber dagegen, verglichen damit, hat sozusagen die Evolutionsbiologie einen so riesigen Grad an Stützung, dass also, wenn dann man alles andere als falsifiziert ansehen sollte, aber nicht die Evolutionsbiologie, ja. Und dann hier wieder dieses Fehlen an Argumenten, das ist typisch für eben nicht gebildete Menschen, dass sie gar nicht wissen, was Argumente sind, aber Darwins Theorie hat Lücken und die sind nicht sehr gering. Da müsste doch jetzt stattdessen, stattdessen dieses Satzes, dieses ungebildeten Satzes, müsste doch die Aussage können. Also, bei Darwin ist der und der Fehler drin und dafür gibt es die und die wissenschaftlichen Hinweise, Ideen und ja, zumindestens irgendwelche logischen Argumente und Hinweise und vielleicht sogar wissenschaftliche Daten. Schluck Wasser. Ich glaube an vieles, aber eine Theorie bleibt, was sie ist, eine Theorie. Also, das ist genau der Punkt. Alles andere in der Welt ist eher eine Theorie als die Naturgesetze von der Gravitation und von Mutation und Selektion. Das sind wohl die bestgestützten Naturgesetze, die wir überhaupt haben, ja. Und alles andere sind eher Theorien. Also, ist das, was derjenige selber glaubt, eben eine möglicherweise eher haltlose und möglicherweise längst falsifizierte Theorie. Aber so ist das in der Welt, ne. Es sind keine Fakten, sondern nur Theorie, ja. Und das ist eben der große Irrtum, ja. Oder ist das jetzt dasselbe? Für mich wird das niemals dasselbe sein. Also, hier ist quasi ein Kreationist, der letztendlich nicht klar äußert, was er denn meint, was für Fehler die gesamte Welt der Physik, Chemie, Biologie und der Evolutionsbiologie als das wichtigste Teil ist der Biologie. Welche Fehler sind denn da drin, wird natürlich nicht gesagt, weil eben nicht gebildete Menschen gar nicht wissen, dass nur das hier eine Rolle spielen könnte. Nämlich, ich habe das Argument A, die Argumente A, B, C, die lauten so und so und dafür gibt es die und die wissenschaftlichen Hinweise, dass eben Darwin sich geirrt hat, dass die Evolutionsbiologie ein Irrtum ist aus dem und dem Grund. Ansonsten heißt das nur einfach, was hier gesagt wird, ich weigere mich, ich will nicht die wissenschaftliche Wahrheit zur Kenntnis nehmen, ich will in meinem Aberglauben weiterleben. Dürfen sie gerne tun und so, aber da sind natürlich solche Sender für extrem gebildete Leute natürlich nichts für sie, ne. Das ist dann der falsche Ort. Ein anderer Kommentar, die Diagnose zum Markt und dessen Dysfunktion ist in meinen Augen absoluter Unfug. Also hier wieder gleich sieht man sofort eine ungebildete Person, die hier meint, hier mitreden zu können im Kreis der extrem Gebildeten, weil sie jeder gebildete Mensch würde sagen, an der Diagnose zum Markt und zwar an der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse Technik und der entsprechenden Diagnose von Markt und Arbeitsteilung und dessen Dysfunktionalität müsste es ja heißen. Dann ist das und das fehlerhaft, weil es diese und jene wissenschaftlichen Hinweise gibt und Argumente und dann ist es zwingend logisch, dass diese Diagnose falsch ist, ein Irrtum ist. Also schon dieser Satz beweist, diese Person kann nicht gebildet sein, weil sie beweist es schon, auch natürlich mit diesem Wortfehler und so weiter. Ein Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht gebraucht wird, verschwindet irgendwann von ganz allein, weil es niemand kauft oder in Anspruch nimmt. Ja, also das ist jetzt sozusagen ein Versuch wohl irgendetwas eines Argumentes, dann prüfen wir, dann sehen wir das mal als ein Versuch des Argumentes, nachdem man ja vorher schon im Satz gesagt hat, dass man eigentlich gar nicht argumentieren will, sondern erst mal beleidigen will oder irgendwas tun will. Dann schauen wir uns das doch mal ein, ein Produkt, also gehen wir mal von aus, also zum Beispiel ein Produkt oder eine Dienstleistung. Gehen wir mal auf die Impfung ein, das interessiert ja im Moment viele Leute. Ja, denn hier unser Tagesbild, ja, das interessiert ja sehr viele Zuschauer im Moment und deswegen gehen wir doch mal darauf ein. Die Impfung, ja. Also hier haben wir den Ausnahmearzt, also was weiß ich, Bhakti, Schiffmann, Wodag und so weiter und die Professoren der Next Scientists for Future. Ja, ja, das sind die Ausnahmeärzte, die also sagen, hoppla, es stimmt nicht alles, was die Medizinindustrie uns so beibringen will, ja. Und das ist hier jetzt, ja, und der Mainstream-Arzt sagt also, na, also Impfungen sind total wichtig und Corona ist ein Killer-Virus und Viren sind generell total mächtig und stark. Und jetzt auch, wenn wir ja in Wirklichkeit gar keine Datenbasis haben, die in irgendeiner Weise die These eines Killer-Virus bestätigt, ist es jetzt sinnvoll, dass die Bevölkerung also die Impfung kauft und so weiter. Und wir hatten bei der Schweinegruppe zum Beispiel, hatten wir bewiesenermaßen eine sehr schädliche Impfung. Das Schweine-Grippovirus war wohl noch viel harmloser als das Coronavirus sozusagen. Und dann wurde zum Beispiel in Schweden, hat Anders Teknell, deswegen ist er ja gebranntes Kind, das jetzt das Feuer scheut, der hatte damals befürwortet, die Schweden impfen zu lassen mit dieser völlig unnötigen Schweine-Grippe-Impfung. Und da gab es ganz viele geschädigte Menschen heraus. Also das heißt, diese Impfung war nachweislich schädlich und hatte keinerlei Nutzen, sondern nur Schaden und müsste jetzt ja nach der Aussage des Kommentarschreibers, ja, hätte ja herausgefiltert werden müssen und hätte vom Markt verschwinden müssen. Fakt ist aber, dass die deutsche Bundesregierung für Millionen diese Impfung gekauft hatte, also das war ein riesiger Markterfolg. Und in Schweden wurden dadurch viele Leute krank geimpft durch diese Dinge, weswegen ja Anders Teknell jetzt eben Corona sehr vorsichtig betrachtet hat und eben einen Lockdown abgelehnt hat. Und das zeigt also und beweist doch, dass sozusagen diese gewinnbringenden Irrtümer, dass Mainstreams der Medizin ständig immer wieder Dinge in den Markt hineinbringen, die rasend gefährlich und schädlich sind, mit denen Milliarden und Millionen verdient werden. Und die eben nicht rechtzeitig vom Markt bezeitigt werden, sondern die ihr Geschäftszweck voll erfüllt haben, sozusagen, lange bevor dann irgendwann vielleicht später irgendwann mal was vom Markt genommen wird. Und so ähnlich droht es uns jetzt bei der Corona-Impfung. Da sind doch jetzt schon wieder Milliarden Gelder mit verdient worden. Und wenn dann irgendwann bekannt wird, dass die Leute durch die Corona-Impfung möglicherweise eventuell dann doch alle nur krank werden und dass der Nutzen null ist und der Schaden riesig ist, dann hat der freie Markt schon wieder seinen riesigen Profit eingefahren. Und jetzt hören wir uns nochmal an, was also hier das ansatzweise Argument wird. Also ein Produkt, also die Impfung, also damals bei der Schweinegrippe und die zukünftige Corona-Impfung, also ein Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht gebraucht wird, verschwindet irgendwann von ganz allein. Nein, das stimmt irgendwann, ja, aber die verschwindet eben erst, nachdem sie schon Milliarden von Profiten gebracht hat und schon riesige Schäden angerichtet hat. Und deswegen ist Markt- und Arbeitsteilung für uns lebensgefährlich, weil eben viel zu spät. Also wenn wir die Wohlfühlstimme einführen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten, dann verschwindet grundsätzlich schon die Tendenz, uns irgendwelche fragwürdigen Dinge verkaufen zu wollen. Die verschwindet ganz grundsätzlich und führt dazu, dass solche Dinge wie die Schweinegrippe-Impfung niemals mehr aufgebracht werden. Wir beheben also dann die Ursache des Problems, während dieser hier sagt, naja gut, irgendwann, nachdem die Konzerne Milliarden von Profite gemacht haben und in Schweden so und so viele Leute krank geimpft wurden, verschwindet die Impfung, also die Schweinegrippe-Impfung ja von ganz allein. Die ist auch tatsächlich verschwunden. Aber immer viel zu spät und nachdem Milliarden Profite gemacht sind. Also, weil es niemand kauft oder in Anspruch nimmt. Teknell selbst hat damals die Schweden impfen lassen. Also es wird in Anspruch genommen. Also diese Aussage ist eine grundsätzliche Unwahrheit. Also damit widerlegt. Ja, das Beispiel mit dem irrenden Früharzt und Frühhändler. Wer folgt diesen irrenden Menschen dauerhaft? Ja, also das ist genau, genau das ist kein Argument. Es reicht doch für den Profit, wenn die Leute mir ein paar Monate folgen und ich dann Milliarden verdient habe und die Leute alle krank sind dadurch. Das reicht doch. Ja, wenn man, also wer folgt diesen irrenden Menschen dauerhaft, wenn man selbst noch bei Trost ist? Ja, also das ist genau kein Argument. Denn jeder Tag, wo die Leute mit einer krankmachenden Schweinegrippe-Impfung konfrontiert sind, jeder Tag ist doch zu viel. Und wir müssen doch verhindern, dass dieser erste Tag überhaupt nur stattfindet. Ja, und deswegen, das sind alles keine Argumente oder unwahre Argumente. Thema Pharmaindustrie. Wer kauft Medikamente, die nicht helfen? Ich erinnere nur daran, wie viele Frauen Antibabypillen gekauft haben, die bei ihnen Thrombosen, Hirnschlag, Herzinfarkte und ähnliche Dinge hervorgerufen haben. Natürlich kaufen die das alles, ja. Und natürlich sterben jedes Jahr zigtausende Menschen in Deutschland alleine an den Folgen von Medikamenten-Cocktails, die ihnen die Ärzte so nach und nach im Laufe ihres Älterwerdens verschreiben. Ja, und natürlich kaufen die die jeden Tag immer wieder über das Rezept des Hausarztes und so weiter. Und die Krankenkasse bezahlt es für die Kunden, ja. Natürlich wird das gekauft. So funktioniert ja das Sterben in Deutschland, ja. Dass eben ganz viele Leute auch an Übermedikation sterben. Schluck Wasser. Und er behauptet, dass diese Leute alle, die älteren Menschen, alle sagen würden, Herr Doktor, ich nehme die ganzen Medikamente nicht mehr, weil ich gehört habe, dass das ja alles schädlich für mich sein könnte. Nein, das hört doch keiner, weil unter Bedingungen des Marktes hier diese gewinnbringenden Irrtümer, das Mainstreams der Medizin, die Menschen alle einer Gehirnwäsche, einer Massenmanipulation unterziehen. Und deswegen glaubt die ältere Dame dann eben, dass sozusagen, dass diese Medikamente ihr alle nützen würden, obwohl sie sie in Wirklichkeit töten, ja, schleichend töten. Und genauso im Supermarkt die Produkte, dieser ganze Ernährungsmüll, ja, sozusagen, der vergiftet uns Stück für Stück. Das ist längst bewiesen, dass das eine Hauptkrankheitsursache ist und Todesursache in Deutschland. Also, so, und dann behauptet dieser Kommentator also, dieser ganze Müll sortiert sich in einem funktionierenden Markt selbstständig aus. Ja, wann denn? In hundert Jahren? In tausend Jahren? Ich sehe nichts davon, ja. Je mehr hier planwirtschaftlich eingegriffen wird, umso stärker wird diese Selbstteilung oder Evolution eingebremst oder zerstört. Genau das ist der Punkt. Nur durch ein echt, also nicht durch Pseudoplanwirtschaft ist das Teufels, das sind wir uns einig. Nur durch echt planwirtschaftliches Schutztag, durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und viele andere Steuerelemente, können wir sozusagen diese ganzen schädlichen Aspekte des Marktes und der Arbeitsteilung einbremsen und einer neuen Evolution aussetzen, in der diese schädlichen Dinge selektiert werden, ja. Ja, aber hier, und dann das Problem sind politische Eingriffe, also diese, dann wären ja unsere Steuerelemente eben dann politische Eingriffe, ja. Und das Problem sind politische Eingriffe und mediale Gehirnwäsche, ja, aber die mediale Gehirnwäsche, die den Leuten sagt, dass Medikamente harmlos seien und dass unsere Lebensnährungsmittel harmlos und gut seien, die gehört doch zu Markt- und Arbeitsteilung, ja. Das heißt, die den Menschen, also diese mediale Gehirnwäsche, die den Menschen entweder die Möglichkeit oder Fähigkeit nimmt, selbstständig zu denken und zu handeln. Da wird jetzt also der nächste Denkfehler dieses neoliberalen oder Freimarkt-Fan des freien Marktes oder Krall-Fan deutlich. Also machen wir es mal deutlich, hier, der nächste riesige Denkfehler, denn auch diese Leute, sogar diese Leute, diese Neoliberalen, hängen dem Gleichheitswahn unserer Kultur an, nämlich, dass alle Menschen Genies seien und alle gleich sein und alle gleich intelligent sein und deswegen solle doch jeder nur, da ja alle Genies sind, solle doch jeder nur seinen Verstand einschalten, dann könne er die ganzen Manipulationen der Werbung durchschauen und die ganzen Irreführungen der Pharmakonzerne durchschauen und so weiter und dann würde er sich selbst diese Produkte gar nicht mehr kaufen, ja. Die Wahrheit ist aber ganz anders. Die Evolution erzeugt aktiv Ungleichheit, sodass wir Leute mit großen Gehirnen haben und Leute mit winzigen Gehirnen und Leute mit hohen Intelligenzquotienten und einer hohen Lebensklugheit und Leute mit einer winzigen Lebensklugheit. Und diese Leute alle hier, die durchschauen nichts von den Manipulationen und den Gehirnwäschen des Marktes und der arbeitsteiligen Systeme, sondern die werden ständig Opfer davon und dass ein paar sehr Kluge natürlich diese Manipulationen und diese Gehirnwäschen durchschauen und nicht darauf reinfallen, ist doch kein Argument, warum man 70, 80 Prozent der Bevölkerung diesen Gehirnwäschen aussetzen muss, sollte und ihrem Schaden, ja. Also insofern ist das ein völlig unrealistisches Konzept. Ich lese aber mal weiter vor. Schluck Wasser. Also, es ist eben nicht nur die mediale Gehirnwäsche, die den Menschen entweder die Möglichkeit oder Fähigkeit nimmt, selbstständig zu denken, sondern es ist schon alleine die Genetik, ja. Schon allein die Evolution sorgt dafür, dass Menschen gar nicht die Möglichkeit haben und gar nicht die Fähigkeit haben, sozusagen die Dinge zu durchschauen und die Hirnwäsche und die Gehirnwäsche zu durchschauen, ja. So, dann schreibt er weiter, der Markt kann überhaupt, oder sie, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, der Markt kann überhaupt nur dort versagen, wo er auch, also wahrscheinlich ist gemeint, nur dort sich entfalten oder seine positive Wirkung entfalten, wo er auch uneingeschränkt wirkt. Und das ist bei uns in keinster Weise der Fall. Der Verfall Venezuelas ist ein Paradebeispiel für die Dysfunktionalität, müsste es heißen, Dysfunktion von Sozialismus und Planwirtschaft. Ja, da läuft man ja bei uns offene Türen ein, nur das, eben das ist typisch für Neoliberale, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Pseudo-Planwirtschaft, Kommunismus, Sozialismus und echter Planwirtschaft, echten, guten Varianten, echten, guten Varianten von Planwirtschaft, Sozialismus, Kommunismus. Und das ist eben das Primitive beim Neoliberalismus, dass sie überhaupt nicht differenzieren, ja. Für uns ist alles, was wir bis jetzt in der Welt hatten, ist Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus und Pseudo-Planwirtschaft gewesen. Und das ist Schrott, ne. Es ist natürlich absolut negativ, ne. Ja, vor allem, wenn man betrachtet, wo dieses Land früher einmal stand. Also hier, Fazit. Was ansatzweise Charakter eines Arguments hatte, war so grundlegend falsch und widerlegt, ist schon lange widerlegt und so weiter, ist also letztendlich völlig wertloses Argument gewesen. Ja, so, dann geht es hier irgendwie weiter, nächster Kommentar. Die Evolutionstheorie, da wird wieder falsch gesagt, das muss heißen, die Evolutionsbiologie mit ihrem total gut gestützten Naturgesetz von Mutation und Selektion, ja. So, also die Evolutionstheorie als richtige These für alles zu nehmen, die Monokausalität ist immer falsch und sie haben einfach keine Ahnung, also hier kein Argument, sondern hier einfach nur Beleidigung, ja. Also schon sofort wieder deutlich, dieser Mensch ist, gehört nicht zu diesen extrem Gebildeten, die für die diese Sender sind hier überall und so weiter, sondern das ist ein Beleidiger und der gehört hier eigentlich gar nicht hin, er drängt sich hier rein. So, sie haben einfach keine Ahnung, es fehlt das Komma, also da zeigt sich schon dieser Bildungsmangel überhaupt in allem und so weiter, weil sie nicht einmal falsch liegen, bei Corona haben sie recht, das ist aber einfach zu finden, die Menschen ohne ihre Thesen richtig zu kennen und dann zu verurteilen ist falsch, das ist alles grammatikalisch nicht richtig, sondern sozusagen, das zeigt wieder den Bildungsmangel. Ich kenne zum Beispiel die Thesen von Markus Krall, mit denen habe ich mich so viele Stunden beschäftigt, die kenne ich sehr richtig und deswegen weiß ich, dass sie falsch sind, sozusagen. So, der Beweis, die Evolutionstheorie ist grundlegend falsch. So, und jetzt kommt wegen dem Chromosom 2, dieser ist, also wenn, dann müsste es heißen, dieses ist Bildungsmangel, auf keinen Fall durch die Mutation entstanden, durch Mutation entstanden müsste es heißen, Und nach der These der Evolution dürften die Affen nicht ein Chromosomenpaar mehr haben, als wir Menschen. Also das ist alles so abstrus, also ich gehe mal kurz darauf ein, argumentativ, auch wenn das ja alles eigentlich gar kein richtiges Argument ist. Also, die Zahl der Chromosomenpaare und der Chromosomen spielt keine Rolle. Es gibt meines Wissens sogar Pflanzen, die haben viel mehr Gene und Chromosomen, als wir Menschen und so weiter. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob irgendwie da ein hochentwickelter Organismus oder irgendwas ist, sondern das scheint kunterbunt in der Evolution gelaufen zu sein, wie es halt zufällig gelaufen ist, dass die einen haben mehr Chromosomenpaare, die anderen weniger, manche haben sogar mehr. Ja, also letztendlich ist da eine wilde Lotterie am Gang und es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Chromosomen wer hat. Es geht ja um die Qualität der genetischen Informationen und was diese Qualität der genetischen Informationen in der Summe für Effekte hat und erzeugt und so weiter und ja, Schluckwasser. Ja, hier, das müsste groß geschrieben werden, das ist der Paradoxon der Theorie. Das ist das Paradoxon der Theorie, müsste es heißen. Also hier ist so viel Unbildung, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also liebe Leute, dieses sind Sender für Gebildete und nicht für extrem Ungebildete, die in jedem Satz drei Schreibfehler oder Grammatikfehler oder was auch immer machen. Also natürlich macht man immer mal einen Fehler, das ist ja auch entschuldbar, aber nur Fehler, das ist dann doch ein Hinweis für extreme Ungebildetheit. Und man kann, das ist der Paradoxon, also das Paradoxon der Theorie und man kann die Mitose und Meiose nicht einfach ignorieren. Ja, was soll da das Problem sein? Das ist wieder kein Argument. Mitose, das ist die Zellteilung und die Meiose ist die Reifeteilung, die dazu führt, dass eben dann Spermien und Eizellen entstehen. Was ist da das Problem? Und dann genetischer Flaschenhals beim Menschen ist ein Fakt, also auch wieder Grammatikfehler. Und was ist das Problem? Natürlich gehen viele Arten mal dadurch, dass sie sozusagen auf wenige Individuen reduziert werden und dass dadurch sozusagen die Vielfalt der Gene sozusagen drastisch reduziert wird und dass danach und nach dem Flaschenhals dann sich die genetische Vielfalt wieder erhöht. Aber was soll das bitteschön für ein Argument sein oder beweisen? Also nichts. Also das heißt also hier, ja, was soll ich damit anfangen? Das ist kein Argument, das ist nichts. Das ist ungebildetes Rumgerede. So anders kann ich es nicht bezeichnen. So, dann ein anderer Kommentar. Wo haben wir sexuelle Unterdrückung? Ich habe eher den Eindruck, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir sind eine durchsexualisierte Gesellschaft und die Antibabypille und Abtreibung befeuern das Ganze noch, ja. Also hier offensichtlich jemand, der eben selbst sozusagen so total die Unterdrückung der Sexualität in unserer Gesellschaft verinnerlicht hat, dass ihm dann schon diese verklemmte Gesellschaft als sozusagen, ja, also hochsexualisiert erscheint. Ja, so. Ganz kurz Hinweis dazu. Also, wo haben wir die sexuelle Unterdrückung? Schauen wir uns das mal an. Also, wir müssen heutzutage davon ausgehen, dass wir sozusagen hier der zweite Felllose, wenn das ein Bonobo ist, ja, dann sind wir der zweite Felllose, ständig aufrechtgehende hier. Das sind wir im Moment, weil wir wieder geschrumpft sind. Der zweite, das Gehirn geschrumpft ist und aber auch die Körpergröße wegen der vielen ungesunden Einflüsse durch Markt- und Arbeitsteilung. Wir sind der haarlose zweite Bonobo mit dauerhaftem aufrechten Gang sozusagen und mit dauerhaft freien Händen, weil wir eben nur noch selten klettern sozusagen. Und diese haben, also die Bonobos haben, die mit uns also genetisch hochverwandt sind, haben circa zwölfmal am Tag Sex. Da haben die Frauen, alle Frauen mit allen Frauen der Kommunen Sex miteinander. Da haben die Männer ganz wenig Sex miteinander, aber durchaus auch. Und alle Frauen mit allen Männern der Kommune Sex. Und dann auch noch mit vielen aus den Nachbarkommunen. Hier, also das ist ja die Bonobo-Kommunismus-Situation, ja. Hier, dass sie dann auch die Bonobos dieser Kommunen ganz viel Sex haben mit den Nachbarkommunen. Und jetzt bitteschön, wo hat das auch nur irgendwo ein Mensch? Es gibt noch ein paar restmatriarchale Kulturen, wo sehr viel Sex praktiziert wird. Wir haben noch ein paar Reste auf der Erde, wo wirklich noch die Sexualität nicht total unterdrückt ist. Aber bei uns ist ja alles verboten, denn eigentlich dürfen die Menschen ja nur eigentlich in einer Ehe, also in einem Gefängnis, wo man sich gegenseitig verspricht, wann auch immer ich mich in einen anderen Menschen verliebe, werden wir das gemeinsam mit gemeinsamer wechselseitiger Eifersucht hin bis zur Gewalt gegenseitig unterdrücken. Denn sozusagen alles Sexualität, die außerhalb des Gefängnisses der Ehe stattfindet, ist grundsätzlich schlecht, böse und muss unterdrückt werden, auch wenn die Verliebtheit noch so groß ist und die Liebe noch so groß ist. Für mich ist das tausendprozentige sexuelle Unterdrückung. Dann wird Menschen nach dem Alter verboten, also zu junge Menschen dürfen keinen Sex haben, die werden unterdrückt bei der Sexualität. Und dann Altersabstände werden hergenommen zur Sexualitätsunterdrückung. Also überall werden irgendwelche, zum Beispiel, was weiß ich, es gibt Millionen Argumente, warum, wann Sexualität unschicklich ist. Ach, da ist der Mann zu alt, ach, da ist die Frau zu alt, da ist dies, da ist das. Überall tausend Argumente gegen die Sexualität unterdrücken. Und dann sagt diese Frau hier, schreibt diese Frau hier, wo haben wir sexuelle Unterdrückung? Ich kann sie nicht sehen. Ja, na gut, jemand, der total, sozusagen eine absolute Übernahme der aller sexuellen Unterdrückung in seinem Leben getätigt hat und selber alle seine sexuellen Bedürfnisse unterdrückt in sich selber, der sieht natürlich keine sexuelle Unterdrückung mehr. Der ist so tief, der hat quasi in sich verinnerlicht, so tief die gesamte Sexualitätsunterdrückung, dass er das Ganze natürlich gar nicht mehr wahrnehmen kann. Aber als Naturwissenschaftler sieht man natürlich ganz klar, dass wir das einzige Tier der Erde sind, das eine massenhafte Unterdrückung der Sexualität durchführt. So, weiterer Kommentar. Gibt es bei Menschen nicht auch leider noch die Evolution der Gruppen oder der Stämme als Ganzes? Also ein überlegener Stamm erobert das Gebiet eines entfernten Nachbarn, wenn er es kann und dieser Stamm unterlegen ist. Müsste ein Fragezeichen stehen. Ja, eben das ist der Punkt. Gruppenselektion ist ein unklarer Punkt. Na, das ist unklar. Ich persönlich vermute, dass wir früher, als wir noch dem Selektionsdruck der Raubtiergruppen unterlagen, also als wir ungefähr so, schauen wir es uns mal an, wie sahen wir damals aus? Also hier, also vor vielen Millionen Jahren, als wir so aussahen und so aussahen, waren wir immer noch massiv dem Angriffsdruck, waren also die Menschenkommunen dem Angriffen der Raubtiergruppen massiv ausgesetzt. Ja, das berühmte Säbelzahntiger, die berühmten Bissspuren der Säbelzahntiger in den Schädeldecken von Australopithiziden und so weiter. Ja, also wahrscheinlich bis hierhin waren wir sicherlich immer noch gewissem Raubtiergruppendruck ausgesetzt. Und dann kann es dazu gekommen sein, dass dann ganze Gruppen getötet oder zum Aussterben gebracht wurden durch die Raubtiere. Aber da damals die Menschen hier, spätestens dann hier, anfingen pazifistisch zu werden oder auch hier schon pazifistische Vorläufe hatten und so weiter, ist es nicht anzunehmen, dass Krieg ist ein modernes Phänomen. Das in erster Linie wieder so richtig, also Krieg ist ein Phänomen hier. Ja, hier, da haben wir noch Gewalt, also ja, potenzielle auch Genozide. Bei Schimpansen finden wir zum Beispiel heute noch Genozide, also schon ansatzweise sowas wie Krieg, ja, als Gewaltform. Mag sein, dass hier noch Gewalt gegeben hat und dann wurde es aber immer pazifistischer, so dass man sagen kann, hier, ab hier war es schon total pazifistisch und dann sozusagen kam Markt- und Arbeitsteilung und dann haben die Waffenhändler uns wieder Geschichten erzählt, die uns aufgehetzt haben zu Kriegen, also wieder gewinnbringende Irrtümer, haben sich evaluiert, vorteilbringende, karrierefördernde Irrtümer und dann wurden wir immer wieder nach und nach immer mehr einer Gehirnwäsche unterzogen, die uns immer kriegerischer gemacht hat und heute sind wir durch und durch durch manipuliert und kriegsbereit und gewaltbereit, wobei das angeblich ja ein bisschen zurückgeht, aber da weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall ist, also sozusagen. Na gut, kann man drüber spekulieren, wie weit ein bisschen zurückgeht in der Kriegsneigung der Menschheit. Also erst durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft werden wir das Kriegsproblem ganz in den Griff kriegen und völlig abschaffen. Ja, so, dann gehen wir mal weiter hier. Ja, also von daher, ich würde sagen, Gruppenselektion, wie gesagt, kann immer dann geschehen, wenn eine gesamte Kommune ausgelöscht wird. Ja, ich lese mal weiter. Auf dem Männchen lastet also ein doppelter Selektionsdruck innerhalb der Kommune, aber auch zwischen den Kommunen auf dem Männchen lastet. Ja, also sagen wir mal so, Männer, die nicht die Stärke ihrer Kommune erhalten, sondern zu viel gegeneinander in der Kommune machen würden, würden natürlich, wenn die ganze Kommune dann aussterbt, mitselektiert werden. Und dann kann es natürlich sein, dass die Evolution sich in Richtung extrem sozialer Männchen bewegt. Ja, aber das ist alles nichts Aufregendes. Also von daher, wenn jemand was ganz Genaues aussagen kann zum Thema Gruppenselektion, dann bitte gerne, denn da haben wir bei den Next Scientists for Future keine so ganz dezidierte Meinung dazu. Ja, also zum Beispiel der beste Fußballer in den USA wird nie Weltmeister, während ein relativ schlechterer Fußballer in Deutschland das schon werden kann, ja, weil er eben in einem starken Team ist. Natürlich, da könnte man von Gruppenselektion reden, ja, also, aber eben der beste Fußballer der USA wird eventuell nach Deutschland auswandern und dann wird er doch Weltmeister oder so, ja. Also ich sehe noch nicht, was ich damit anfangen soll. Also wer dazu was weiß, wer wirklich genau uns sagen kann, wie sich das mit der Gruppenselektion verhält und nicht nur Spekulationen darüber, dann bitte gerne her damit in die Kommentare. So, anderer Kommentar, so ist es. Markthandel ist nur ein anderes Wort für Krieg. Ja, das ist es eben auch. Im Handel steckt schon auch ein kriegerisches Element. Handelskrieg, konkurrieren statt kooperieren, gewinnen statt zu verlieren. Eine vollständig ökonomisierte Welt fordert auch von Medizinerschaften auf eine möglichst kranke Menschheit zu bestehen, ansonsten Umsatzeinbußen, Pleitenwellen und mehr dramatische Konsequenzen drohen. Sehr richtig, das beschreiben wir ja ständig, dass also die, es müssen sich die gewinnbringenden Irrtümer ausbreiten und sozusagen, und es überleben nur die Pharmakonzerne, die mehr Krankheit erzeugen als andere und deswegen sich selber mehr Kunden erzeugen und deswegen mehr verkaufen können, sozusagen. Zum Beispiel über die Nebenwirkungen ihrer Medikamente, ja, und so weiter. Das ist ja vollkommen richtig, ja. Lösung verwerft alle bislang entwickelten Werttheorien, zumal mit der Idee der Quantifizierung bestimmter Wertigkeiten zu keiner Zeit ein sogenannter Wertemaßstab schlüssig begründet werden konnte. Beispiel würde sich das Maß eines Meters ebenso verändern wie Schuhpreise, so könnte niemand mehr ein Haus oder sonst was bauen, eben weil sich das Maß eines Meters alle furzlange verändern würde. Dennoch kann man Ökonomen, also das ist wohl ein Plädoyer dafür, also zum Beispiel jetzt diese Finanzzahlen nicht als einzige Größe zu nehmen, weil ja die Finanzzahlen immer davon auch von Schwankungen der Preise abhängen, ja. Also dennoch kann man Ökonomen keine Dummheit vorwerfen, eben weil sich auch blöde Ideen überaus komplex auf die Spitze treiben lassen. Empfehle, ja, ich würde auch nicht unbedingt Dummheit unterstellen, sondern eben, dass sie eben nicht zu den klügsten der Welt gehören, die längst begriffen haben, dass ohne Evolutionsbiologische, ohne das Naturgesetz von Mutation und Selektion jede Ökonomie Pseudowissenschaft ist, ne. Weil nämlich dieses Naturgesetz eben auch für alle menschlichen Systeme, für Wirtschaftssysteme und Gesellschaftssysteme und wie wir ja eben gehört haben, sogar möglicherweise für ganze Gruppen gelten kann und so weiter, ja. Empfehle in diesem Sinne, auf die Umsetzung des Venus-Projektes zu bestehen, ja, und da habe ich dann gebeten, in unsere Talkshows zu kommen, denn das Venus-Projekt habe ich mir angeschaut und ich konnte da nichts Positives für die Menschheit erkennen, außer guten Idealen und Ideen und schönen romantischen Vorstellungen und hübschen Bildern, ne. Ja, das war es für die Kommentare dieser Woche und dann hier, also schaut es euch wieder alles an. Das ist das Einzige, was ihr lesen müsst, weil ich nicht alles vorlesen will. Also wir halten das für gefährliche Irrtümer, also die bürgerliche Revolution, Markus Krall, Hans Werder Sinn. Aber immerhin würden wir mit diesen Leuten gerne Talkshows machen, weil sie neben ihren gefährlichen Irrtümern auch einige wenige Wahrheiten beinhalten, die es aber lohnen würde, mit ihnen Talkshows zu machen und gemeinsam, und diese Leute würden wir gerne in unseren Talkshows fragen, was sind denn aus eurer Sicht die Denkfehler beim Konzept der Next Scientists for Future? Das würden wir uns gerne anhören, weil wir ja immer interessiert sind, zu falsifizieren oder Fehler zu finden und Denkirrtümer zu finden. Und alles, was nicht auf dieser Liste ist, liebe Leute, da würde ich dann sagen, ja, ach, das hat so viel Fehler, das würde uns gar nicht interessieren, was die für Irrtümer uns dann so sagen wollten. Ja, so, also, damit lest euch das alles wieder in Ruhe durch, wenn es euch interessiert. Und ja, wie gesagt, und den Rest würde ich als die Welt der totalen Irrtümer betrachten. Ja, also wie gesagt, meldet euch für die wissenschaftlichen Talkshows Demokratie pur an. Wir, 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 jeden, der halbwegs einen geraden Satz sagen kann, lassen wir seine Argumente und seine Kritik an unseren Konzepten äußern. Ne, aber natürlich nach einem telefonischen Vorgespräch, wir müssen ja herausfinden, ob ein Mensch außer Beleidigen noch was anderes reden kann. Ne, ja. So, das war es dann jetzt mal wieder für die wissenschaftliche Tagesschau heute. Wir schauen uns nochmal unser schönes Tagesbild an. Ja, sehr schön. Und dann, ja, verabschieden wir uns. Das war es wieder mit der jetzigen Sonntagspredigt der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald, liebe Leute. Tschüssi. Tschüssi. und